Spiele mal kurz mit ihr hier an. Nein, das kann ich echt nicht. Waren wir noch? Waren wir noch? Waren wir noch? Ich kann auch versuchen noch mitzupicken. Das ist eine richtige Phase. Ich kann auch noch mitzupicken. Ich kann auch mitzupicken. Ich kann auch mitzupicken. Bis zum nächsten Mal. 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 Und man kann sie auch abnehmen und sie klingt auch wirklich sehr gut, aber das, was die Gitarre eigentlich wirklich an Sound rausgibt über Decke, Buddy und das gesamte Holz, ist einfach mit dem Pick-up nicht wiederzugeben. Und deswegen ist es so, wenn man die auch backt, wie James Harvest zum Beispiel hin.